So, geh mal auf deine Decke. Sehr gut, mach mal ein Männchen. Super! Gib mal einen Wurf. Und spinnen. High five. Sehr gut. Hinsetzen. Hinlegen. Peng! Ich hab dich grad erschossen. Peng! Wieso lebst du noch? Na Mischka? Bist du nicht grad gestorben? Peng! So kriegst du aber keine Rolle hier bei Hollywood, ne?